hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufnahme vom gold simulator 3 lustige dinge let's play wir sind hier in der großstadt wir wollen auch die großstadt noch nicht so erkunden ein paar sachen die ich kenne ich zeigen kann die wirklich witzig sind dankeschön dass das projekt so gut ankommt und ja ich freue mich wirklich wieder lustige dinge auch zu erfahren ihr dürft jederzeit natürlich auch gerne wieder ideen und so sachen in die kommentare schreiben dann gehen wir mal durch den angaar betrag und ich weiß was es ist scheune lager hier oben geil gut hier ist scheinbar nichts genau hier haben wir etwas lustiges zuerst einmal ich muss hier den kran gleich benutzen nicht besser so drücke eher um den kran zu stellen runter zu nehmen ah genau ich weiss was es ist ich darf eher nicht drücken lol weil ich raus wieder reinging scherzen alle ab sonst hätte man riesig müssen ja sie umher kreisen ok das ist ein bisschen zu leicht gewesen komm wir müssen noch ein bisschen mehr hey woher kommt der schleim hallo mein güte ich bin völlig verpackt wow hui hoppla mega geil unterdruck muss ich das kaputt machen hey nick damit komm wir schaffen das ja wir schaffen das das muss ich mal äh ich hab nur einmal gedrückt ok tschüss was ist das dort hinten oh wo sind wir hä haben wir noch nicht ja das haben wir gar noch nicht geil yeah dankeschön spin mega geil ja es ist wahnsinn es ist wahnsinn oh meine oktobus krake ähm denk mal schönes hervorgerendet dankeschön ja das habe ich schon gemacht schön da haben wir ein neues gebiet habe ich das gebiet dort oben schon genommen schon oder nein das haben wir noch nicht ok das letzte ist dort oben gut also tschüss oder hätte was in der Zwischenebene noch sein können ja gehen wir später holen geil das ist ein Mülleimer das ist ein Mülleimer das ist ein Mülleimer das ist ein Mülleimer aha das ist immer etwas schönes so furry weg dafür Kopfhörer und dichte Kopfhörer damit wir selbst auch hören können wenn wir nicht in Ecosicht sind kann man eigentlich in Ecosicht sein nein ok schon aui nicht in Ecosicht nicht in Ecosicht gut da ist nicht in Ecosicht lustig ist ein lustiges passieren hei LOL. Ist hier irgendwas? HALO! Ich hätte gerne etwas... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da. Biss ein Buggy, he? Habt ihr das wieder gesehen. Da oben rein. Ok, ist nichts drin scheinbar. Man sieht wieder in die Unterwelt. Also hier drinnen ist nichts. Schade. Gut. Dann... Aua. Mann, der Spiel ist böse zu mir. Wenn ihr spielt auch. Oh, geil. So geile Sachen. Wieso bin ich wütend auf ihn, wenn er zuwinkt? Wahrscheinlich nicht zu mir. Ah genau, machen wir das mit dem Tape. So. Also scheinbar gibt es mehrere Filme, aber das richtige Tape müssen wir finden. Deshalb müssen wir hier kurz aufs Haus hoch. Das habe ich natürlich vorbereitet. Das ist so geil. Aha, auch ein Trampolin. Seit wann sind Matratzen so federnd. Das ist irgendwie nicht logisch. Ich frage... Ich frage... Wie der fragt, wie der diese... Realismusquatsch zurückzieht. Okay. So. Nicht das Brett. Nicht das nächste Brett. Brett Pit. So. Jetzt müssen wir runter ins Kino. Nicht so weit. Das kostet den Partner nur ein bisschen Aufnahme. So. Oh. 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 Und dafür bekommen wir ein Fernseher, je, wollte ich schon immer machen, wollte ich schon immer haben. Ne, Ausrüstung freigeschalten. Je, okay. Ja gut, hat ja nichts passiert. So, weg damit. Müssen wir den Fernseher ausstellen, weg machen? Nehmen wir doch mal die Kugel. Okay, es geht nicht mehr raus. Ja, gehen wir einfach raus aus diesem Kino, das nervt. So. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ah, da hätten wir auch hochkommen können. Sonst geht's noch, Glocke. Aua. Was ist denn hier oben? Da ist sicher auch etwas dort unten. Genau, hier können wir hoch. So, auf der Zwischenebene vielleicht etwas? Ah, die Glocke nervt. Doom Slayer. Haben wir im letzten Part freigespielt. so, was ist denn hier? Was ist mit meinem Kopf? Was ist los? So, jetzt. Was ist denn hier oben? Hä? Wenn einer hier hochkommt wieder? Da waren wir doch. Okay. Komischerweise ist hier nix. Dann hier unten ist eine Gutstadt. Äh, ist das eine Ziege? Kann das sein, dass das eine Ziege ist mit den Hörnern? Hä? Hä? Oder hat er, ähm... The Cape? Ich will einfach die Hörnern. Hm. Wahrscheinlich sind alle NPCs einfach Ziegen, die sich verwandelt haben. Wir müssen die Herrschaft über die Ziegen an uns reisen. Du musst sowieso rein. Du gehst hier rein. Du gehst hier rein. Und so. Ne. Nicht schon wieder. Haha. Ich muss manchmal einfach die Items wieder abwählen. Sattelschleuder. Ah. Geil. Du. 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 Dumpf. Wahnsinn. Dankeschön! Ja! Das sind die Herrscher da... Ziegen... König Ziegenbert! Steigen wir mal, ok ... Wir haben noch nichts gemacht. Wir müssen jetzt wirklich noch ein Part hier machen, wo wir die Sachen mal freispielen. Ähm... Also die Story einfach zu Ende machen... dauert aber noch ein bisschen länger von der Bosskampf dann dauert schon lange leider ein bisschen zu lange für meinen Geschmack ok das ist eine Chance so also gibt es das nächste lustige Zeugs also ich weiß dass oben beim Konzert etwas ist dann gehen wir doch zum Konzert wenn wir nur ein Auto hätten oh ein Bolenauto Dankeschön das ist vielleicht nicht so praktisch eine Lanze zu haben aber gut so also hier ist das Konzert da gibt es auch ein paar Sachen frei zu spielen ich möchte jetzt einfach die Lanze mal weg haben was passiert denn die ganze Zeit die Krötenscheid ich möchte wieder die geteilte Ziege sein gibt es nicht so ein Item das ich gerne hätte mit dem in die Sandkönig so wenn wir schon König der Ziege sind dann müssen wir gleich mal in die Sandkönig in die Sandkönig Sandkönig da ist nix so wo hätten wir denn etwas haben wir gerade hier in der Nähe echt keine Statue nix dann müssen wir einfach nach oben gehen ich sehe gerade nix ich sehe gerade nix also ich weiß das hier unten oder das wollen wir kurz runter gehen irgendwo hier ja machen wir das im nächsten da das ist gleich hier unten machen wir doch das kurz so so die Erinnerungen kommen wieder ein bisschen aber es ist natürlich damals eher so just for also einfach Spiel durchzuspielen gewesen nicht so viele lustige Sachen hier geht auch rein müssen wir hier überhaupt machen Brot reinwerfen kein Pass hier müssen wir wahrscheinlich wieder eine Emotion machen oder müssen wir aber können bleiben ein bisschen also irgendwas müssen wir hier machen leider weiß ich das nicht ausschließlich und zwar muss ich den Knopf füssen die Fault hast du instinkt anpinnen können wir noch machen ähm ja und wo ist das wo waren die Instinkte Requisitengolf Christ's Allah Instinkte Instinkte äh wo kann ich etwas anpinnen mit der Y-Taste mit der Y-Taste ja geht aber nicht äh komisch ich muss doch irgendwie ah so okay jetzt gut danke schön wunderbar also irgendwie geht es gerade nicht ich muss rausfinden was man machen muss gehen wir doch mal weiter äh hier ist wahrscheinlich nichts mehr wo so weit nach Hause wir könnten ja hier auch noch dieses Ding machen das machen wir nicht jetzt wow meine Güte ich will doch nur ja genau danke schön soo gut da wir ja auch immer zu einer Band gehören Musik haut uns um machen wir doch einfach mit geil 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 ich weiß das ganze Schlagzeug ist um geworfen worden so geil okay macht Spaß es passiert scheinbar nichts mehr was ist denn hier oh Metal T-Shirt sehr gut okay yay da ist ja immer ein Metallica-Fan hehehe Ballons okay okay ist es hier überall Dynamit hm wir gehen mal aufs Konzert auf die Bühne was ist denn hier oh hier ist auch noch eine Satellitenschüssel die führt uns so weit hm da oben ist okay hallo ich möchte den Knopf drücken aha eine Explosion geil ist die grosse da ist eine Goldstadt ich wusste es äh nein nicht dazwischendurch so ein Mist muss ich wieder hochlaufen hier diese ja sehr gut oh nicht so weit oh und schon hier oben also jetzt einfach nicht gerade dazwischen durchfallen sondern hier hoch ja mit ein bisschen Schmerzen kommt man hoch wunderschön und die Rutsche aber nicht nach unten aber noch nicht jetzt zuerst müssen wir hier noch kurz schauen hallo was ist denn hier sonst noch bla 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 ah hier ist sicher irgendwas ja ja eine Goldstadt ja ja was war denn das 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 oh schade sehr gut hey hallo hoch damit hoch damit so also diese Tesla Spule müssen wir dann noch auslösen alles geht kann ich nicht hier schneller hoch geht das nicht nicht so weit nicht so weit da drüben hey hallo da drüben gut okay die Kugel ist weg immerhin hey hallo ja man müsste vielleicht von Ort zu Ort hier gehen dass die Bramboline sind okay also dann wo ist das nächste lustige ein Poulot Donuts okay nicht Poulot nicht Chicken hallo isst du hier irgendwas wirklich nichts ah ja gut hallo ich möchte hier irgendwas machen können vielleicht irgendeinen Fisch reinwerfen oder so ähm wo war das Teil ist doch der Kopf oder wo ist das Teil da da irgendwas muss man reinwerfen aber ich weiß nicht was hm soll ich es noch nachschauen Strohhutbande Strohhutbande yeah wir suchen das One Piece ähm ähm gehen wir mal zur Hexe in Orange dann etwas anders hier mit dem Schwimmering so süß ist ein bisschen bulky aber gut ähm ich schau mal kurz dass wir das immer wieder nehmen können das kurz in Browser öffnen können so ähm was muss ich Ding äh oh was One Piece geschaut genau ähm Gore Sing Teich Witzel irgendwas kommt was mit Feen oder so Fe äh Geht's zur Quelle ja das könnte sein was passiert hier das Bontanerblick ja ja ich möchte die Lösung wieso gibt es so wenig Lösungen zu gut sind ähm ja ähm das französische Video ist aber nicht das richtig oder hey das hat doch nichts mit Quelle zu tun okay das hat uns nicht geholfen das ist auch sehr langweilig also ich weiß jetzt nicht echt nicht was man machen muss ja ja sowieso nicht solange wir aufhalten wir müssen lustige Dinge finden lustige Dinge machen äh da ist natürlich mehr passiert ja ganz speziell gut gemacht bin ich es nicht aber ziemlich pro also ist es sich lohnt so haben wir hier unten etwas zu machen zum Holzfällen was machen die hier dann gehen wir noch mit der Rutsche also gehen wir mal nach oben hier auf der Seite haben wir nichts sieht so aus als würde irgendwas sein da oben könnte noch etwas sein gehen wir erstmal mit der Rutsche zuerst das Ziege oh das sind die kleinere Rutsche nehme ich die ja toll ah und in der Mitte ist eine Godstatue kann ich die nicht irgendwie anders holen also müssen wir unbedingt mal zum Goldfisch gehen werden ne also man müsste in der Mitte aber man müsste extrem schnell werden wie wird man extrem schnell mit dem Schwein zuerst mit dem Fisch ah da drüben ok nein nicht falsch fliegen boah wir chillen auch ein bisschen zufrieden dann gehen wir mit dieser Rutsche die ist viel besser ui geil das ist die A wie wie soll man das schaffen C keinen kann man auch nicht hüpfen da drauf doch gut werden wir als Fisch genug stark sein um runter zu kommen quer sein gut das erste mal hätte ich jetzt niemals gedacht wegen dieser Steuerung aber hohoho ich habe es irgendwie noch hingekriegt hingebogen hingebogen so jetzt muss ich unbedingt das Schwein da drunter und zuerst müssen wir hochkommen mit diesem schnellen Fisch geht es auch viel schneller und babab da yes baby yes so was passiert wenn wir jetzt zum Beispiel nichts ok ähm welche Taste muss man drücken nein knapp nicht boah ist das schwer doch diese Taste wieso ging das nicht auf der Rutsche nein 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 aber es klappt ein bisschen ein bisschen falsch oh als Schwein zu sein hat sonst eine Vorteile nochmal ein Schwein sein dieser Welt das ist das ist das ist das ist